Das ist jetzt in aller Munde KI, künstliche Intelligenz. Und das ersetzt bald alles. Ich lasse jetzt einfach mal hiervon ein Drehbuch schreiben und ihr setzt das dann gleich alles um, ja? Ja, alles klar. Kannst du einen witzigen Film über eine schwäbische Moderatorin schreiben? In Berlin. Titel. Schwäbisch in Berlin. Der witzige Kurzfilm über eine Moderatorin. Eröffnungsszene. Die Moderatorin Maria Müller sitzt in einem Studio in Berlin und bereitet sich auf ihre Sendung vor. Maria könnte versuchen, ein paar schwäbische Redewendungen und Sprichwörter zu benutzen, um ihre Vorbereitung witzig zu gestalten. Was für Klamotten trägt Maria Müller? Eine lässige Mütze, ein weißes langes T-Shirt, weiße Sneakers und eine blaue Jacke. Auf Marias T-Shirt steht in großen Buchstaben Schwäbisch in Berlin. Maria? Ich bin Maria Müller und ich bin hier in Berlin, um euch zu unterhalten. Was sind Maria Müllers Lieblingswitze? Ähm, was ist der Unterschied zwischen einer Schwäbin und einer Berlinerin? Die Schwäbin kann Schwäbisch sprechen. Ist gut. Wie nennt man eine Schwäbin in Berlin? Eine Fremde. Eine Fremde. Publikum lacht. Bei LOL habe ich auch nichts anderes gemacht. Schnitt auf eine Szene, in der Maria versucht, ein typisch Berliner Gericht zu bestellen. Welche Musik läuft im Hintergrund? Ja, ich würde vorschlagen, die Musik von Crow zu verwenden. Aber sie spricht Schwäbisch und der Kellner versteht sie nicht. So, grüß Gottle, ich würde einfach gerne eine Currywurst bestellen, bitte. Ich meine eine Currywurst mit Berliner Soße, bitte. Was könnte Absurdes im Hintergrund passieren? Alle um sie herum tanzen und singen. Die ist... Die ist... Ich weiß schon, wo heißt es, aber ist mir egal. Ich nimm mich lieber. Die ist... Schnitt auf. Eine Szene, in der Maria versucht, sich in der Berliner U-Bahn zurechtzufinden und die verschiedenen Linien zu verstehen. Achtung, hier spricht die Berliner U-Bahn. Wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir ab sofort auch Schwäbisch sprechen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Wer könnte Maria und wie in der U-Bahn ansprechen? Eine besonders witzige Idee wäre, dass ein Berliner eine typische schwäbische Redewendung an Maria richtet und sie dadurch verwirrt. Servus, Maria. Wie schaut es bei dir aus? Auch könnten witzige Szenen geben, in denen Maria versucht, typisch Berliner Aktivitäten zu machen, aber auf schwäbische Weise. Eine Szene, in der Maria auf einer Party eingeladen wird und sie versucht, Berliner Slang zu sprechen. Also, es ist wirklich so super cool, dass du mich eingeladen hast, Alter. Ein Gast schaut verwirrt. Also, äh, ich meine, ich finde es voll super cool, dass du mich eingeladen hast, Freund. Was sagt der Mann zu Marias schlechten Berlinerisch? Keine Sorge. Ich glaube, dein Berlinerisch ist gar nicht so schlecht, wie du denkst. Es ist nur etwas anders als mein Berlinerisch. Schlussaufnahme. Maria Müller sitzt wieder im Studio und spricht zu ihrem Publikum. Maria. Ich habe gelernt, dass es manchmal schwierig sein kann. Das ist auch so eine Dramedy, so ein bisschen, oder? So am Ende, so mit diesem Pathos, ein Witz. Welche traurige Musik läuft zum Abspannen? Ein gutes Lied dafür wäre The Last Goodbye von Billy Boyd. Ich habe gelernt, dass es manchmal schwierig sein kann. Besonders, wenn man aus einer anderen Region kommt. Aber am Ende des Tages. Es ist alles eine Frage der Einstellung. Und ein bisschen Humor hilft immer. Ja. Das kriegt kein Mensch hin. Das machen wir jetzt immer schön mit KI. Hör ja, da rausschmeißen. Hallo an alle First Mover, Silversurfer und Klick-Millionäre. Wenn ihr noch mehr von Studio Schmidt sehen wollt, dann könnt ihr das hier, hier oder hier oder hier tun. Ich hoffe, hier war jetzt auch noch was. Ich habe nicht einen hier zu viel. Ansonsten stand auch gerne drüben in der ZF-Mediathek vorbei. Da gibt es alle Sendungen nochmal in voller Länge. Und dann sehen wir uns da. Tschüss. Applaus Applaus